In unserer Videolive zeigt es uns alles noch dicht beisammen. Leichte Vorteile für die Mittelbahnen, die Bahn um 3, 4 und 5. Auf der 3, das sind die Wilm und Hassiane, auf der 4, der Submarine Bahn 15, TVK. Aus Essen, Puppa Dreh. Jawoll, willkommen. Zwischensport auf der Bahn 1, der Riesendracht von SC. Lisa schiebt sich jetzt wieder mit nach Porn und kämpft um den Einzug ins Halbvinalen. Den beim S-Platz 7, das von Porn ist. Es wird eine knappe Entscheidung. Denn auch die anderen müssen sich zu wehren und versuchen sich hier durchzusetzen. Weiterhin vorn sind die Riesendracht und die Wilm und Hassiane auf dem Bahn 1 und 3 dazwischen. André auf der Bahn 2 und aus Schwerin ebenso. Jetzt im Endspurt. Und heute in die Riesendracht und in die Barne 4, 5 und 6. Los Leute, hier raus! Wir sind voll mit der Mannschaftsverein. Wischen sie nach vorne an? Los! Das war's.